Folge Nummer 36 von Aborion. Er hat noch zu tun, er ist auch unterwegs oder weiß ich jetzt nicht ob der Sprung schon durch ist, die Lady hat Arbeit, die Miner müsste auch haben, der Dreier auch und hier unten haben wir noch Reiter 1, der hat den letzten Sprung gehabt, wo ist denn der? Da. Okay, der ist auf der falschen Seite, nein auf der falschen Seite ist der natürlich nicht, aber der ist auf der anderen Seite. Ich würde jetzt da mal hinfliegen wollen, oder? Ne, da waren wir schon. Und dann fliegt mal da hin, vielleicht ist da ja eine Verbindung. Okay, er ist angekommen hier. Es gibt ein nächstes Ziel, was vielleicht da ist. Also das ist jetzt der, so, jetzt haben wir es aber, ne? Wer geht die Reise da hin? Ah ja, da kam jetzt das. Und ist das dann das Ziel nach da? Ne, es muss vorher aufhören, weil hier ja keine Verbindung ist. Ich würde dann sagen, er geht dann bis da hin, aber kann er ja nicht, weil er zu weit weg. So, die waren am Abräumen da, aber er hat den Punkt hier versaut, auf Deutsch gesagt. Der Sektor ist nicht auf dem Server, ah ja, jetzt ist die Verbindung da. Dann würde ich mal sagen, da vielleicht hin? Ne, ja da, vielleicht sogar da. Könnte sein, dass die Verbindung passt. Okay, der hat auch was zu tun. Wir scrollen wieder raus, gucken wir mal nach dem hier vorne. Er hat den Weg zu gehen, auch hat er schon. Dann kann er auch noch den nächsten machen. Meiner ist da unten, der meint ja. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, abgewählt, oder? Kann das sein? Ach, das ist doof, wenn man da draufklickt, dass die Befehlskette so doof weggeht, ne? Jetzt wissen wir da nicht, was der macht da. Ach, das ist echt ärgerlich. Ich mache den Rechtsklick, um die Karte zu verschieben, weil mit Linksklick kannst du die Karte nicht verschieben und dann geht der Befehl weg. Das ist voll doof. Der war es auf jeden Fall, ne? Er meint jetzt erstmal Asteroiden abbauen und dann haben wir hier ein Ressourcendepot. Haben wir sogar. Dann kann er da ja gleich das machen. Ne, jetzt habe ich die falsche Teste erwischt. So, jetzt ist die richtige. Und dann soll er einen Loop machen. Der wieder mal nicht geht. Keine Ahnung warum. Zeigte mir wieder nichts an, ne? 451, 166 ist das hier. Sprengt nicht dahin. Das müsste hier unten der Befehl gewesen sein, oder wie war das? 451. Dann ist es der da unten. So, er hat ausgearbeitet, die Lady. Da ist ein Ressourcendepot. Da ist ein Ressourcendepot. Jetzt ist die Lady auch ohne Befehl. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Ach, diese Karte verschieben und dass der Befehl dann weggeht. Das ist so doof. So. Mach mal das. Spring dann da hin. Mache da das. Gibt es ein Ressourcendepot? Nein. Spring dann zurück. Und wiederhol den Spaß. So, abgewählt. Meiner tut noch was. Er tut auch noch was. Er macht nichts. Aus Reiter Discover. Hier gibt es reichlich Asteroiden. Aber der ist ja nicht zum... Ach, guck mal, das passte gar nicht. Springen wir da mal. Vielleicht ist das die Verbindung dahin, weiß ich nicht. 2446 Asteroiden waren da. Na, die Linie kommt nicht. Die Frage, wie weit das ist. War es doch hier. Muss wohl. Der Hypersprung, der funktioniert ziemlich gut. Also hier kann es nicht sein. Warte mal, wenn ich das so... Eins, zwei, drei, vier Felder. Dann kreuzt er. Eigentlich muss das hier sein, der Punkt dann, oder? Oder einen weiter tatsächlich noch. Ne, dahin sollst du. Ich glaube, einen weiter noch. Oder? Eigentlich müsste die Verbindung hier stehen, oder? Ist schon komisch. Ich glaube, ich habe alle Felder davon gehabt, oder? Tatsächlich ist die Verbindung doch dahin. Komisch, dass er sie nicht angezeigt hat, weil wir da waren wir doch schon. Naja, kann man nichts machen, ne? Fliegen wir mal da hoch jetzt mit dem. Ah, war es schon wieder, ne? Ich hätte dich gerne ausgewählt. So geht's. So, den haben wir abgewählt. Auf dem Suchen nach Erfolg, oder wie wir das ja... Rechtsklick... Ah, geht jetzt nicht, ne? Das ist der Wachma jetzt hier. So, was mit ihm hier? Er ist nirgends beschäftigt. Ich glaube, da ist das Ziel, oder? Ne. Vielleicht dann da. Wohl eher da, ne? Doch nicht, dann da. Wir suchen den Weg, ne? Jetzt hat es was gegeben. Und da gibt es einen neuen Gegner, äh, einen neuen Gegner, nicht ein neues Gebiet, also ein neuer Nachbarn, Konzern von Jubequo. Ist das die gleichen wie die? Ne, die sind anders. Die sind neutral. Das geht nur da. Kommt nix. Da gibt es einen Punkt, oder einen Planeten auf jeden Fall. Asteroiden ohne Ende. Ja. Wir machen mal einen weiten Sprung. Da muss man gucken, was da so los ist, ne? Da ist nix los. Ah, das ist das Gebiet vom Feind. Also Feind nicht, ne? Vielleicht kommt das noch. Wohl doch nicht. Kein Sprung. Der Sektor ist nicht auf dem Server geladen. Warum nicht? Aha, weil da jetzt gerade was kommt. Dann spring du mal jetzt da hin erst. Gut, da sind wir auf jeden Fall am Springen, wie bekloppt auf deutsch gesagt, aber kommen nicht weiter raus, sozusagen. Jetzt hätte ich die Karte gerne verschoben und ihn hier weiter transportiert. As-Reiter 3 soll mal weiter fliegen, und zwar jetzt mal nach da, ne, an dem Riss vorbei. Da gab es reichlich Asteroiden. Hier gab es nix. Da auch nicht. Der war wieder nicht abgewählt, ne? Das ist voll doof. Ja, nützt nix, das müssen wir mal anders machen, hier, ne? Spring da einfach mal so ein bisschen durch die Gegend, hier. Gucken wir mal, was da so in der Länge so ist, oder? Vielleicht treffen wir da ja mehr irgendwann jemanden. Was mit der Lady? Macht die noch was? Asteroiden abbauen ohne Meldung, das ist doch schon mal was, oder? Hier gibt es ganz viele Notrufe. So, Discover steht da auch noch rum. Fliegt Discover mal da hin. Da, dort. Und mach mal da den Weg hin, mal schauen. Meine 1 ist da. Und Reiter 1, hat auch nix zu tun. Super, oder? Ah, ne, der springt ja jetzt gerade, oder? Ne, das war Discover. Asteroiden abbauen ist nicht mehr angesagt. Ach, dann hat er nix mehr jetzt hier. Na, okay. Dann spring du mal da hin. Und dann machen wir da eine Tour weiter, in der Hoffnung, dass es da noch was gibt. Ist wieder nicht auf dem Server geladen. Abwracken. So, falsch. Abbauen. Sieht so aus, als ob da was passiert. Okay, das wäre noch eine alte Meldung wohl. Asteroiden abbauen haben wir. Und Ressourcendepot gibt es auch. So. Falsche Taste, war klar. So, wenn du so machst, ne? Dann machst du so. Dann machst du so. Dann machst du so. So, und dann geht's, ne? Wenn du erst irgendeinen Sprung dahin machst, oder sowas, ne? Piraten greifen den Sektor an. Kann ich da hin? Ne, ich weiß nicht, welcher Sektor. Ja, gute Frage, ne? Er hat noch einen Sprung. Das heißt, wo unsere Drohne ist, ist der Angriff, oder? Meine Drohne wurde zerstört. Jetzt wird geladen. Aber wir müssen in irgendeinem anderen Schiff landen, oder? Ich weiß aber nicht, in welchen. Aber ist nicht schlimm. Wie, wir sind nicht gestorben? Sondern irgendwo rausgekommen, an unserem Heimatplaneten, okay. Ich war davon überzeugt, dass wir hier, ne? Ausrüstungsdoktor, können wir doch mal gerade vorbeigucken, oder? Schildverstärker, generator-upgrade, aber in orange, ne? 1,5 Millionen hätten wir gerade noch. Plus 35% für die internen Waffen, Energieverbrauch, reichlich. Ah, das brauchen wir gerade, glaube ich, alles nicht so wirklich, ne? Badara, ich hätte 3 und 2, also 5. Ja, das sind jetzt nicht so Sachen, wo ich sagen würde, brauche ich, ne? So, noch ein paar Bergbau-Laser vielleicht. Aber kein R dabei. Ja. Ein Abwracker ist das. Achso, haben wir noch drauf, alles klar. Ja, da brauchen wir nicht. Gut. Hier gibt's auch noch was zum Abbauen, ne? Wir sind direkt neben dem Ausrüstungsdoktor, guck an. Ja, aber da geht's nicht weiter erstmal. Wir wollen erstmal weiter hier gucken. Hat er seine Reise beendet? Hat er wohl? Jetzt müsste man mal gucken, dass man was findet, ne? So ein Planeten oder sowas wäre schön. Aber das gestaltet sich natürlich jetzt schwierig, ne? So mitten im Nichts. Müsste man jetzt mal suchen, ne? Tja. Der braucht jetzt auch ewig zum Sprengen. Jetzt hat er es geschafft. Oh, hier gibt's... Ne, hier gibt's nix. Mit denen sind wir schon mal gut, ne? Das ist auch schön. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir erstmal irgendwo einen Bereich finden, wo auch Planeten sind, die wir dann wieder entdecken können, wo wir Routen finden und Wege und Tore. Gut, das machen wir aber in der nächsten Runde weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer es nächste Video hochlade und gerne auch Kommentare schreiben, genauso gerne wie das Video teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.